Bevor das mögliche Video anfangt, habe ich diese kleine Nachricht, die ich gestern um 20 vor 1, obwohl theoretisch heute, der Grund, warum gestern und vorgestern und so kein Video rausgekommen ist, ist, weil sich das ganze Video gelöscht hat, bevor es komplett hochgeladen wurde. Der Stand, es wurde hochgeladen, also habe ich das originale Video gelöscht. Wer schreibt mich jetzt an? Egal. Und naja, naja, egal. In dieser Folge, wir sind einfach umgezogen, wir haben nichts Besonderes gemacht. Ein Arktag. Außerdem kommt heute noch ein Neuigkeiten-Video oder sowas raus, aber naja, lasst uns mit dem richtigen Video anfangen. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, wegen der Kälte, wegen der Kälte, wegen der Kälte. Arkt Summer Bash. Und damit willkommen zurück zu Arktis Center Ascended. Ja, in der letzten Folge, die es nicht gibt, sind wir endlich in den perfekten Ort umgezogen. Und in dieser Folge wollen wir uns das neue Arkt Summer Bash Event angucken. Also, was geht's? Dann nimm's Smithy. Holiday. Ja, Holiday. Oh, super Gott. Gibt es viele Sachen, die wir machen müssen. Guckt nie. Ja, dafür sind die... Dafür sind die... Wir werden das jetzt für immer anlassen, ne? Wir werden das nicht für immer anlassen. Natürlich werden die das für immer anlassen. Nein. Warum sollen wir das tun? Wenn wir das ausmachen, gehen die ganzen Skins weg. Nein, nein, nein. Das dauert etwas, aber die machen die irgendwann... Die machen die nach so ein, zwei Wochen, machen die die official. Okay, wir brauchen... Du hast jetzt schon gucken, nicht sein getan. Okay, ich will mal... Ich will mal... Was ist das? Ist das so wie... Ja, ah, niemals. Okay, ich will auf jeden Fall ein Balloonsort... Ey, ey, ey. Ich hab mir gerade eins davon geholt. Weiß nicht, was das macht. Geht mal... Ich hab das jetzt nahler gegeben. Prozent schneller anscheinend. Aber anscheinend auch die Farbe wird hier geändert. Lass mal Rennen machen. Lass mal Rennen machen. Prozent schneller. Stell dich hier. Hier. Okay. Wo hin? Direkt neben mich. Okay. Auf drei rennen wir einfach los. Ja, aber da ist eine Krippe vor uns. Ja. Dann stoppen wir halt gerade Zeit. Lauf ein bisschen weiter dann zurück. Okay. Okay, drei. Drei. Ich glaub nicht, nee. Wir brauchen entweder 28... Weil man braucht nur Fleisch dafür. Ja. Dauert lange. Easy. Wir können... Ich... Lass das einfach... Oh. Random Chibi für Prime... Für Cooked... Prime Meat Jerky. Ist das auch Cooked Meat Jerky? Oder sind das zwei andere Sachen? Ein... 150 Prime Meat brauchen wir. Ey, ich hab die Einstellungen zu. Krass. Ich... Ich... Okay, nein. Das bleibt nicht. es ist alles weggegangen. Krass, ja okay. Wollen wir dann kurz loslaufen? Ey, warte mal, nein, geh noch nicht irgendwo hin, ich muss kurz aus der Welt raus einmal, ich muss was unbedingt einstellen, weil ich habe gerade gesehen, die Itemtasche von Nala hat sich innerhalb von drei Sekunden gelöscht. Das wird uns über die nächsten Tage so nerven. Okay, das habe ich aber bei Dings gewonnen. Ja, Club Arc, aber trotzdem, ich glaube wegen Club Arc ist das alles schon direkt im Spiel. Kann sein, aber kann auch nicht sein. Wollen wir dann heute die erste Wasserkreatur sehen, während unsere Tiere dann Dingsen, während unser ganzes Meat guckt. Das können wir von mir aus machen, nur ich muss noch mal kurz Holz holen, weil sonst vergesse ich das, die Base ist nämlich ungerade. Pfeife. Pfeife. Baut er vor mein Gesicht. Pfeife. Pfeife. Baut er vor mein Gesicht. Alles. Alles platzieren. Wer darf ich? Was habe ich da gerade gemacht, Elia? Sag mir das. Deine Hand hast du gemacht, was hast du gemacht? So, wunderschön. Eine Wand fertig. Wände. Ich bin zu verwirrt in der Verwirrung der Verwirrung. Ich geh mal ins Wet-Wat-Wat-Wat-Wat-Wat-Wat-Wat-Wat-Wat-Wat-Wat. Ich geh mal ins Wet-Wat-Wat-Wat-Wat-Wat. Gab es nicht irgenwie.. ..ein solche Struktur, ein Dach, was irgendjemand ist? Kannst du dich kurz stummen, und entstummen, dann verstehe ich dich wahrscheinlich besser. Kann auch dran liegen, dass ich leise rede. Ja, red mal lauter, frei. Ja. Ich will so ein schräges Haus machen, verstehst du, was ich meine? So Berg, die Spitze vom Haus, verstehst du? Ich will nicht nach Adult suchen. Ich suche jetzt nach ganz vielen Kindern, die ich töten kann. Ich hole Prime Meat. Ja, das coole Meat war mit uns. Bessere, fantastische. Diese Wände. Ich will sie normal platzieren, aber die platzieren sich andersrum, so wie ich... Leider ist der beste Weg, das coole Meat zu holen, Kinder zu töten, aber... Es ist so ein dummes, verbuggtes Spiel. Ich liebe es. Es ist das verbuggteste Spiel, was ich... Entschuldigung, ich töte mal... Oh, okay, weißt du was? Ich habe wohl keine Wahl, weil ich... Ich bin... I am heading out of range. 500 würde als erstes reichen. So, ich bin zu Hause. Was wolltest du mir zeigen? Oh, stimmt. Komm mal mit. Komm, 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 bitte. Bitte. Guck dir das an. Bist du da? Ja. Es gibt jetzt einen Feeding-Track. Guck mal. Siehst du die Wand? Ja. Du siehst die Wand. Ja, hier. Die Wand. Da ist keine Wand. Ich sehe keine Wand. Wirklich. Ich habe den Skin benutzt. Nein, nein, nein. Mach da nichts, mach da nichts. Ich muss ein Foto machen. Ich habe gerade auf der Map geguckt. Es hat funktioniert. Er hat wieder ein Kind bekommen. Nein. Sie ist wahrscheinlich nicht, aber okay. Nein, ich verstehe. Ich verstehe. Okay. Wir... Ich muss... Also ich zumindest. Lass mich mal kurz einmal wunderschön auf... Wunderschönes... Arc Unity gehen. So. Das wird schwer, einen Basilosaurus zu zähmen. Ne? Da brauchen wir einen Ovis für. Nein. Und wenn wir den am besten zähmen wollen. Ja, aber dieses eine Level interessiert niemanden. Sag ich was. Was haben wir denn... Ne, wir können den noch nicht zähmen. Was tun wir mit den ganzen Mantas und so. Also gegen die ganzen Mantas. Das ist einfach, ey. Hütten wir einfach. Ja, wie? Mit was? Nehmen wir den Spino mit. Achso, stimmt. Werden wir einen? Was hat hier? Hier. Ja. Und auf was geht der andere dann? Terranodon oder so. Ich... Weil ich nehme auf jeden Fall den Wunder 45er Barilo. Moment mal. Moment mal. Moment mal. Wir müssen ganz kurz, ganz kurz eine... Geh mal zurück zu Skull Island. Mal. Bitte. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Dreh ich mal um. Okay. Dreh dich einmal. So. Hm. Bin... Okay, ich mache jetzt etwas. Was machst du? Was ist das? Bin ich die? Ja, ich die. Okay, ich muss ihn noch einmal füttern, dann ist er gezähmt. Level 140. Ich will sie sagen, es ist kein Megalodon, sonst muss ich den abschießen. Das ist die Wasserbubble. Sie wacht hier aus 145, nicht sehr weit von uns. Wie lange dauert das, bis sie Hunger haben? Keine Ahnung. Wir bitten, sobald er gezähmt... Okay, ich seh da hinten Basilosaurus noch, ich weiß, ich weiß. Blöder, ich die. Geh mal weg. Nein. Nein. Wir bitten, der hat jetzt Hunger bekommen, wenn er jetzt Hunger... Was hier... Was? Mosasaurus 150. Mosasaurus 150. Oha. Für den sind wir definitiv noch nicht bereit, aber der... Der... Den... Den wann? Ich die. Bitte. Bitte. Muss aber zurück zu Petri kommen, weil... Nein, ich muss nach oben. Ich... Ich... Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Nicht gut. Oh Megalodon. Oh Gott. Komm, gib mir Boost, gib mir Boost nach oben. Sonst sterbe ich. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Wegen der Kälte. Wegen der Kälte. Wegen der Kälte. Wegen... Nimm die... Nimm die Terranodon mit, bitte. Bin tot. Whistle follow all. Ich geh... Ich flieg mal zu Hause. Nach Hause. Auf ihn. Kann ich? Yep. Ey, da ist er ja. Ich hab 60 FFS. Wow. Hauptsache, der ich's hier hatten. Ich raste gleich aus. Wenn wir nicht wissen, wo dein letzter Tod ist, geh einfach zu mich die. Geh ich einfach auf der Map. Was? Er hat Prime Meat Jerky gemacht? Wann hatte der Zeit dafür? Was? Mein Pyromane hat Prime Meat Jerky gemacht. Was? Was? Das hier jetzt... Ja, es ist Tag 30, weil die ganze Zeit... Ich glaub auch, dass... Ja... Jede zweite Sekunde geht eine Sekunde um. Du hast die Zeit sehr hoch gestellt. Welch... Ein Leiche ist hier. Okay. Okay, gut. Ich hab sie. Ich hab sie. Da unten ist der Moser. Der Basilo. Ja, ich kann da unten sehen. Ja, wenn so viele Kreaturen auf einem hohen Level... Ja, wenn so viele Kreaturen auf einem hohen Level... Ich liebe es. Wenn ich mich aus dem Haus näher, dass der Schatten rein... Ich liebe es. Man weiß was jetzt hier müssen. Ich brauche einen Allosaurus. Hull mir einen Leazybis. Ist irgendwo auf der Map eingeladen. Mastasaurus. Ich kann den nämlich suchen. Oh, ich habe Editions descendet. Oh, ich stelle mir mal was mit Cooked Meat her. Etwas. Ja, okay, Cooked Meat. Ich glaube, du hast das auch im Inventar. Was? Guck dir meinen Spitzhacker an. Oh, hast du dir die Balloon-Pick-Aggs gemacht? Guck es dir an. Warte, ich hole mal das Letzte. Die wackelt sogar. Die wackelt. Siehst du das, wenn ich mich bewege? Ja, ich habe genug. Wo ist mein... das ist das. Kids' Holiday. Inflatable Rex Costume Skill. Ah, ha, ha. Ich finde es sowas von cool, weil... Und der... hey, die Spitze... Wegte sich... Oh, dafür braucht man aber sehr viel... Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Ja, das ist ziemlich cool. Mach's ja. Guck, guck dir meinen Spitzhacker. Ich glaube, du hast den auch bekommen, oder? Warne. Nee. Hast du den Inflatable Rex bekommen? Äh... Oder? Ah, na ah. Ähm? Wo ist der Inflatable Rex Costume? Hast du in deinem Momentar geguckt? Er ist nicht bei Cosmetics. Ich habe zwei von diesen Ugly Dodos Revenge Sweater. Äh? Ich habe das bekommen. Ey, guck mich an. Ist mir... Ich habe das bekommen, anstatt... Äh? Oh, 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 oh. Wie cool. Guck mal, wie der aussieht. Da wieder Rest des Spiels, dieses Event verbuggt ist, habe ich mir dann das Inflatable Rex Costume ercheatet, weil ich habe die Sachen dafür ausgegeben, ich habe es einfach noch nicht bekommen. Ich gehe ein bisschen mit meinem Teheranodon... Jetzt habe ich es, jetzt habe ich es. Okay. Ich gehe ein bisschen mit meinem Teheranodon unten fliegen und gucke mir das Leben hier unten an. Oh, mein Gott. Okay, ich... Ich habe meine Kreatur, die ich haben will, gefunden. Oh, hier? Bist erste. Megalodon 150. Oh ja, der war hier schon seit acht Jahren. Den... Den nehme ich gerne. Was hat der so für Stats? Was... Was mag ein Megalodon überhaupt? Hallo, guck mich an, guck mich an. Oh, der sieht cool aus. Ich weiß. Ich gucke dir meinen Spitzsack an. Was, wenn der zu dir kommt? Warte. Yo, du hast meinen Heidgloffs kaputt gemacht. Die mögen... Weil, lass mich mal nachgucken. Prime. Die mögen... Ich bin nicht Prime. Ja, die mögen, die mögen. Die mögen... Oha... 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 Die ist direkt bei unserer... Nee, nicht direkt bei unserer Base. Aber... Okay, ich glaube, das sollte genug sein. 400. So unter unserer Base ist ein Archelon Level 14. Ja. Die wollen auch, glaube ich, so Sushi oder so. Nee, die wollen Bio-Toxin. Das wollten die. Ah, ja, ja. Bio-Toxin. Was haben wir? Damit endet die erste Folge, weil ich schon fünf... Schon eine Stunde aufnehme. Der Kack... Warte mal, ich muss nur nach unten gucken. Der Rex sieht so traurig aus. Warum ist er so traurig? Im Regen läuft er so traurig. Depressiver T-Rex. Und ja, das ist das Ende der Folge. Wenn es euch gefallen hat, abonniert. Das habe ich falsch gesagt. Egal. Naja, wie ich schon vorher gesagt habe, ich habe Neuigkeiten, die ich später heute sagen werde. Und dann sehen wir uns dann. Ciao.